Tja, Freunde, und nach diesem Gerichtsurteil war die Schulpflicht Geschichte. Kannst du nicht lesen? Doch. Die Uhr. Du musst lesen lernen. Du musst mir Liebesbrüfe schreiben. Hallo. Ich möchte zu Max. Ich bin Christoph, sein Coach. Mathe? Nein. Den kenne ich. Ist das Gott? Fast. Das ist Dürer. Taxi! Papa, komm! Was macht denn der Kleine da? Alles in Ordnung. Ist mein Sohn. Ich grunde mein eigenes Start-up. Es gibt Rabatte, wenn man meinen Fahrern bei der Fahrt etwas beibringt. Spesenkönig ist gut. Was ist ein Spesenkönig? Also ich forsche an einem Schlafmittel. Es geht mir um den Herstellungsprozess. Great. Schaf, testen? Klar. That doesn't work. You need more for banding. Hey. Ich habe eben erfahren, dass ich nicht die Tochter meiner Mutter bin. Was für ein Schulfaschlehrer das? Oh, äh... Biologie vielleicht? Ich dachte das gerade nicht. Und wer von euch geht heute zum Unterricht? Riftsfilz. Also eigentlich ist das nur Krickelkrake. Aber mir gefällt's. Haben Sie Kinder? Dürer blickt uns direkt an. Er fragt uns quasi ohne Worte. Hey, schaut her. Was ist eigentlich mit euch? Was habt ihr noch vor im Leben? Die Sonne scheint. Was geht? Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.